In einem Interview wurde Arnold Schwarzenegger gefragt, was seine Tipps sind, um die erste Million zu verdienen. Und seine Antwort, da die erste Million das schwierigste ist, würde ich empfehlen, gleich mit der zweiten anzufangen. Ich habe leider nicht ganz verstanden, wie das funktionieren soll, also habe ich bei der ersten Million angefangen. Mit meinem Online-Business habe ich mittlerweile etwas über 1,5 Millionen Euro verdient und ich möchte einfach mal ganz offen und ehrlich darüber sprechen, was ich in den letzten Jahren über Geld gelernt habe. Denn ich musste erstmal viel mentalen Bullshit ablegen, damit ich überhaupt in der Lage war, so viel zu verdienen. Also, hier sind 5 Geldgeheimnisse, die ich gelernt habe, nachdem ich meine erste Million verdient habe. Dieser erste Punkt ist gleich mal enorm wichtig, denn gerade in Deutschland haben immer noch viele Menschen eine negative Einstellung zum Thema Geld. Viele glauben immer noch unbewusst, dass Geld böse ist oder dass Geld den Charakter verdirbt. Und für mich war es zum Beispiel extrem wichtig, ein paar Dinge über Geld zu verstehen. Eine Sache, die für mich zum Beispiel extrem wichtig war, ist zu verstehen, dass Geld zu verdienen und Reichtum im Außen nicht ausschließt, dass ich auch innerlich erfüllt bin und glücklich bin. Und lass mich den Punkt erklären, weil er so enorm wichtig ist und viele tatsächlich davon abhält, mehr Geld zu verdienen, weil sie mit Geld eben etwas Negatives verbinden. Auf Instagram zeige ich hin und wieder etwas materiellen Luxus aus meinem Leben. Meine Rolex, Luxusreisen, die ich vielleicht mache oder auch meinen Sportwagen. Und das führt immer wieder dazu, dass ich Kommentare bekomme, wie zum Beispiel, das, was wirklich zählt, ist innerer Frieden. Oder, das ist doch so armselig. Oder, worum es im Leben wirklich geht, ist doch Familie. Oder auch, das zeigst du doch alles nur, weil du dich innerlich leer fühlst. Ganz ehrlich, mir persönlich sind diese Kommentare komplett egal. Sie sind sogar gut für den Algorithmus. Aber sie sagen etwas sehr Interessantes aus über die Menschen, die sie schreiben. Und zwar, dass diese Menschen im Mangel leben. Sie glauben nämlich, dass es nur das eine oder das andere gibt. Entweder ich bin glücklich oder ich bin reich. Entweder ich liebe meine Familie oder ich verdiene viel Geld. Entweder ich habe inneren Frieden oder ich lebe ein Luxusleben. Aber diese Einstellung ist einfach nur beschränkt. Denn natürlich kannst du beides haben. Du kannst anderen helfen und ein guter Mensch sein und trotzdem Millionen verdienen. Du kannst inneren Frieden haben und eine Luxusuhr tragen. Deine Familie und deine Gesundheit kann für dich das Wichtigste im Leben sein. Und trotzdem kannst du im Monat 50.000 Euro verdienen oder 500.000 Euro. Die Sache ist einfach, das eine schließt das andere überhaupt nicht aus. Aber Menschen, die wenig Geld verdienen, verstehen das nicht und nutzen das Ganze immer als Argument, um sich zu rechtfertigen. Ein weiterer Punkt, der für mich extrem wichtig war zu verstehen, ist, dass mehr Geld in den meisten Fällen auch mehr Freiheit bedeutet. Das heißt, mehr Geld macht dich nicht automatisch glücklich. Aber mehr Geld kann dir eben ermöglichen, ein freies, besseres und schöneres Leben zu führen. Und das wiederum macht glücklich. Denn schau mal, durch Geld befreist du dich von vielen Sorgen und wirst gelassener. Es gibt meines Erachtens kaum etwas Belastenderes als finanzielle Sorgen. Und ja, ich spreche hier aus eigener Erfahrung. Wenn du finanziell frei bist, musst du keinen langweiligen und unterbezahlten Job mehr machen, auf den du keine Lust hast. In Deutschland hassen angeblich 85% aller Menschen ihren Job. Und ich finde, das sagt schon alles. Wenn du sehr gutes Geld verdienst und einfach viel Geld hast, kannst du dein Leben viel freier gestalten. Zum Beispiel, wo und wie du leben möchtest. Und klar, du kannst dir auch viele Träume erfüllen. Materielle wie dein Traumauto, dein Traumhaus. Oder eben auch weniger Materielle, wie zum Beispiel eine Weltreise. Will ich damit sagen, dass Geld die Lösung für alles ist? Nein, natürlich nicht. Das Wichtigste in deinem Leben sind erfüllende Beziehungen, dass du einfach gesund bist, fit bist. Und wie ich auch finde, dass du einen tieferen Sinn in deinem Leben hast. Und ohne diese drei Dinge wirst du vermutlich leiden und einfach kein erfülltes Leben haben. Aber ganz ehrlich, selbst auf diese drei wichtigen Dinge hat Geld einen gewissen Einfluss. Ich meine, viele Familien leiden oder zerbrechen sogar wegen ihren finanziellen Problemen. Das Gesundheitssystem wird leider kaputt gespart. Das heißt, Wohlhabende bekommen viel schneller einen Termin, zum Beispiel beim Spezialisten. Und ganz ehrlich, wenn du jeden Monat gerade so über die Runden kommst und es kaum schaffst, die Miete zu zahlen, dann wirst du dich wahrscheinlich nicht mit dem Sinn des Lebens beschäftigen oder dich fragen, was du eigentlich in deinem Leben machen möchtest und wie du dich selbst verwirklichen willst, weil du dich einfach mit diesen absolut essentiellen Überlebensfragen beschäftigst. Die Sache mit dem Geld ist die, je weniger Geld du hast, desto mehr kontrolliert Geld dein Leben, ob du willst oder nicht. Denn je weniger Geld du hast, desto mehr bist du davon abhängig. Und paradoxerweise ist es so, dass je mehr Geld du hast, desto unwichtiger wird es, weil es dein Leben nicht mehr so stark beeinflusst. Lass mich dir mal eben ein Beispiel machen. Sagen wir, du verdienst jeden Monat 2000 Euro. Wenn du jetzt plötzlich das Doppelte verdienst, also 4000 Euro, hat das einen sehr großen Einfluss auf deine Lebensqualität. Du bist nicht immer bei Null am Ende des Monats. Du kannst Geld sparen, du hast viel weniger finanzielle Sorgen und du kannst mal in den Urlaub fahren oder dir einfach mal was gönnen. Das heißt, diese 2000 Euro mehr machen einen riesen Unterschied. Aber ob du jetzt im Monat 30.000 Euro oder 60.000 Euro verdienst, verändere dein Leben nicht mehr so radikal. Klar, du hast deutlich mehr Geld zur Verfügung, das Doppelte. Aber es wird deinen Lebensstil wahrscheinlich nicht dramatisch verändern. Denn auch mit 30.000 Euro im Monat kannst du dir sehr viel leisten und sehr, sehr gut leben. Meine persönliche Erfahrung ist die, die meisten Menschen, die sagen, dass ihnen Geld nicht so wichtig ist, nutzen es als Ausrede, um sich selbst zu rechtfertigen. Wenn du also mehr Geld verdienen willst und wenn du finanziell freier werden möchtest, dann höre auf, Geld zu verteufeln und das etwas Schlechtes zu sehen. Denn das ist es nicht. Ganz im Gegenteil. Das Thema Geld wird oft komplizierter gemacht, als es ist. Letztendlich gibt es nämlich nur zwei Wege, um mehr Geld zur Verfügung zu haben. Entweder du gibst weniger Geld aus oder du verdienst mehr Geld. Oder eben klar, beides. Und in meiner Erfahrung ist es so, dass viel zu viele Menschen sich darauf konzentrieren, weniger Geld auszugeben. Und ich meine, überleg mal, was sind Mainstream-Tipps zum Thema Geld, von denen man immer wieder hört? Du musst mehr sparen. Höre auf, 5 Euro Cappuccinos zu trinken. Kündige dein Netflix-Abo. Vergleich die Preise im Supermarkt und sammle Cashback-Punkte. Und hey, wenn du gerade sehr wenig Geld hast und einfach auch wenig verdienst, vielleicht, weil du noch nebenher studierst oder sowas, dann macht es Sinn, wirklich auf jeden Cent zu achten und mehr zu sparen. Aber was du verstehen solltest, ist, dass du dich nicht reich sparen wirst. Wenn du 2.000, 3.000 oder 4.000 Euro im Monat verdienst, wirst du nicht finanziell frei werden durch das Sparen. Auch nicht, wenn du investierst, weil dein Hebel viel zu klein ist. Du kannst dich nicht reich sparen mit einem normalen Gehalt. Du kannst dich auch nicht reich sparen mit einem sehr guten Gehalt, sagen wir 6.000 oder 7.000 Euro. Millionäre, Multimillionäre oder auch vor allem Milliardäre haben sich nicht reich gespart. Sie haben nicht jeden Monat 300 Euro zur Seite gelegt und clever investiert. Sondern die allermeisten haben Unternehmen aufgebaut. Und ein paar wenige sind vielleicht auch Angestellte mit extrem hohen Gehältern, also 6- oder 7-stellig. Schau also, dass du dich weiterbildest, dass du mehr über Marketing, Verkauf und Psychologie lernst. Dazu später mehr. Und schau einfach, dass du Wege findest, um jeden Monat mehr Geld zu verdienen. Denn du wirst dich nicht reich sparen. Und das bringt mich auch gleich zum nächsten Punkt. Wenn du ein eigenes Business hast oder auch ein neues Projekt starten möchtest, gibt es eine Sache, die du dich immer fragen solltest. Und zwar hat das Ganze einen großen Hebel. Sagen wir, du hast ein Online-Business, nur mal als Beispiel. Und du hast eine neue Idee für ein digitales Produkt. Die Frage ist, kannst du damit potenziell 6- oder noch besser 7-stellig verdienen? Oder kannst du damit nur 2.000, 3.000 Euro mehr im Monat verdienen? Wenn du dein Business skalieren willst oder auch einfach etwas Neues starten möchtest, musst du schauen, dass es krass skalierbar ist und zumindest das Potenzial hat, Millionen zu machen. Denn was bringt es mir jetzt, ein Jahr lang meine Zeit mit etwas zu verschwenden, was mir maximal 2.000 Euro mehr im Monat bringt? Ich meine, gerade wenn ich schon Unternehmer bin und Erfahrung habe, dann will ich nur an Dingen arbeiten, die, wenn sie funktionieren, auch richtig krass abgehen können. Das heißt nicht, dass immer alles, was ich ausprobiere, funktionieren wird. Aber wenn es funktioniert, dann kann ich damit halt auch mal Millionen mitmachen. Nur mal als Beispiel. Glaubst du, ich veröffentliche diese Videos hier auf YouTube zum Spaß? Natürlich nicht. Dieser YouTube-Kanal ist ein Teil von meinem Online-Business und ich würde nicht jede Woche ein Video hochladen, wenn ich nicht wüsste, dass ich nur mit diesem YouTube-Kanal potenziell 100.000 Euro oder mehr pro Monat verdienen könnte. Zum Verständnis für dich, mit diesem YouTube-Kanal verdiene ich monatlich einen 5-stelligen Betrag. Natürlich nicht, weil mir YouTube so viel zahlt wegen den Werbeanzeigen, darüber verdiene ich gar nichts, sondern weil ich über YouTube meine digitalen Produkte verkaufe. Ich nutze es also als Plattform, um mehr Reichweite zu bekommen, um Vertrauen zu erzeugen und einfach meine ganze Brand aufzubauen. Wenn du also ein eigenes Business hast oder einfach ein neues Projekt starten willst, frag dich immer, ob das Ganze das Potenzial hat, wirklich groß zu werden. Hier kommt mal ein Punkt, der ziemlich ungewöhnlich ist und auch nicht für jeden Sinn macht, denn es hängt stark davon ab, was für ein Typ Mensch du bist. Von meiner Art her bin ich jemand, der meistens an morgen denkt, im Sinne von arbeite heute an deinen Zielen, sei diszipliniert, verzichte vielleicht auch auf gewisse Dinge, damit du morgen ein besseres Leben hast. Und diese Einstellung ist wichtig, denn egal, was du erreichen willst, für die allermeisten Ziele und Träume brauchst du einfach Zeit und musst erst mal die Arbeit machen, bevor du die Ergebnisse siehst. Aber ich habe jahrelang gut verdient, das heißt, ich habe jahrelang mit meinem Online-Business sechsstellig Gewinn im Jahr gemacht und trotzdem habe ich mir in der Zeit sehr wenig gegönnt. Und es gab immer wieder ein paar Dinge, die ich gerne machen wollte, wie zum Beispiel mal einen Luxusurlaub oder es gab auch gewisse Dinge, die ich mir kaufen wollte, wie einen Sportwagen oder auch eine schicke Uhr. Aber ich habe es nie gemacht, denn ich habe immer an morgen gedacht. Ich dachte mal, jetzt noch nicht, du musst noch mehr verdienen, denk an morgen. Aber irgendwann letztes Jahr kam der Punkt, wo ich mir dachte, Moment mal, eigentlich machst du gerade das Gleiche wie all die Menschen, die ihre Träume für die Rente aufschieben. Also habe ich mir gesagt, hey, ich erfülle mir jetzt ein paar materielle Träume und genieße auch das Geld, was ich verdiene. Und ich habe dann ein paar Mal Luxusurlaub gemacht. Ich war unter anderem mit meiner Freundin eine Woche auf dem Malediven. Ich habe mir diese Rolex hier gekauft für knapp 17.000 Euro und ich habe mir auch einen großen Kindheitstraum erfüllt und mir einen Sportwagen gekauft, einen Jaguar F-Type, um genau zu sein. Und was soll ich sagen? Ich habe keinen einzigen Cent bereut. Ganz im Gegenteil, weil mir diese Dinge enorm viel Freude bereitet haben und auch immer noch bereiten. Jeden Tag, wenn ich mir die Uhr anschaue, macht sie mich ein bisschen stolz. Jedes Mal, wenn ich in den Jaguar einsteige und den unglaublichen Sound höre, habe ich ein Grinsen auf dem Gesicht. Und klar, die ganzen Reisen, die ich gemacht habe, auf die Malediven mit meinem Kumpel zu Formel 1 in Monaco, einen Monat auf Ibiza, das sind alles Erfahrungen, die kann mir keiner mehr nehmen. Und verstehe mich hier bitte nicht falsch. Mensch, ich habe immer noch jeden Monat mehr verdient, als ich ausgegeben habe, mit Ausnahme von dem Monat, wo ich den Jaguar gekauft habe. Und ich würde dir niemals raten, Geld auszugeben, das du nicht hast. Aber gleichzeitig würde ich dir empfehlen, dir auch mal was zu gönnen und nicht alle Träume auf morgen zu verschieben. Weil hey, das Leben ist kurz und keiner von uns weiß, wann es zu Ende ist. Und du hast gar nichts davon, wenn du der reichste Mensch auf dem Friedhof bist. Und es gibt genau dazu übrigens auch ein sehr cooles Buch, nämlich Die with Zero von Bill Perkins, in dem er erklärt, dass viele Menschen ihr ganzes Leben lang Geld sparen, weil sie Angst haben, dass sie nicht genug haben und dann am Ende ihr hart verdientes Geld gar nicht ausgeben. Und wenn du auch jemand bist, der immer nur an morgen denkt und das Ganze auf dich zutrifft, dann lies vielleicht mal das Buch und meine Empfehlung, genieße auch wirklich mal dein Geld. Lass mich dich etwas fragen. Wie oft hast du gehört, dass dich harte Arbeit erfolgreich macht? Wenn es dir so ähnlich wie mir geht, hast du es sehr oft gehört. Und zwar in den letzten Jahren immer und immer wieder. Aber diese Aussage ist so nicht korrekt, denn sie zeigt nur die eine Seite der Medaille. Und lass mich das Ganze erklären. Es gibt sehr viele Menschen, die sehr hart und auch sehr viel arbeiten, aber sie sind nicht reich und werden es auch wahrscheinlich niemals werden. Das sind Bauarbeiter, Handwerker oder Fernfahrer, Krankenschwestern und Schichtarbeiter, Büroangestellte mit 60 Stunden Wochen. Und das waren jetzt nur ein paar Beispiele. Diese Menschen arbeiten viel und auch hart, aber sie werden sehr wahrscheinlich niemals reich werden. Aber warum ist es so? Warum gibt es so viele Menschen, die hart arbeiten, viel arbeiten, aber niemals finanziell frei sein werden? Damit ich dir das erklären kann, müssen wir erstmal die zwei Komponenten betrachten, die das Einkommen fast aller Menschen beeinflussen. Wahrscheinlich auch deins. Nämlich deine Zeit und deinen Stundenlohn. Je mehr Stunden du arbeitest, desto mehr verdienst du in der Regel. Logisch. Problem daran, Zeit ist nicht skalierbar. Du kannst nicht unendlich viele Stunden am Tag arbeiten. Die zweite Komponente, die dein Gehalt beeinflusst, ist dein Stundenlohn. Problem hier, solange du angestellt bist, kannst du nicht einfach mal deinen Stundenlohn verzehnfachen. Du kannst ihn wahrscheinlich noch nicht mal eben verdoppeln. Ich meine, überleg mal, du gehst morgen zu deinem Boss oder Vorgesetzten und sagst, hey, ich will ab jetzt doppelt so viel verdienen. Wenn du Glück hast, dann lacht er nur darüber. Du siehst also, solange du deine Zeit gegen Geld tauscht, hast du kaum Möglichkeiten, finanziell frei zu werden. Ganz egal, wie hart und wie viel du arbeitest. Und das ist der Punkt, den viele Reiche verstanden haben. Sie haben deshalb Systeme kreiert, die ihnen Geld bringen, ohne dass sie dafür ständig arbeiten müssen. Wenn du zum Beispiel ein Unternehmen aufbaust mit zehn Mitarbeitern, was irgendwann ohne dich funktioniert, hast du ein System, was dir Geld bringt. Oder du verkaufst das Unternehmen irgendwann für sehr viel Geld. Oder wenn du zehn Wohnungen hast, die du vermietest, hast du jeden Monat eine Art passives Einkommen durch die Mieteinnahmen. Das heißt, hart an etwas zu arbeiten, bringt dich langfristig nur weiter, wenn es ein System ist, was skalierbar ist. Das heißt, es hat einen großen Hebel, wie wir vorher gesehen haben. Und es ist ein System, was einfach nicht direkt von deinem Zeiteinsatz abhängt, oder was auch etwas ist, was du später mal für sehr viel Geld verkaufen kannst. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich Online-Kurse verkaufe, in denen ich mein Wissen weitergebe. Und diese Kurse verkaufe ich dann komplett automatisiert. Das heißt, ob ich heute einen Kurs verkaufe oder zehn Kurse, ich habe damit die gleiche Arbeit, nämlich so gut wie gar keine. Und das Gute an diesem System ist, dass du dafür keine Ausbildung brauchst. Du kannst es neben deinem normalen Job machen, und du musst kaum Geld dafür investieren. Ist das Ganze für jeden etwas? Nein, garantiert nicht. Aber wenn du Online-affin bist, wenn dir die Idee gefällt, dass du Online-Geld verdienst, und wenn du einen gewissen Skill hast, der wertvoll ist, oder wenn du in einem gewissen Lebensbereich einfach schon viel Erfahrung gesammelt hast, dann kannst du daraus sehr wahrscheinlich einen Online-Kurs erstellen, der sich dann sehr gut verkauft, und dir damit eben eine Art passives Einkommen kreieren. Aber damit das wirklich funktioniert, musst du natürlich ein paar wichtige Dinge beachten. Und deshalb habe ich genau dazu ein Video kreiert. Darin erfährst du Schritt für Schritt, wie du einen Online-Kurs kreieren und auch verkaufen kannst. Schau dir das Video an. Ich wünsche dir damit viel Spaß.